ja was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von der rainbow six cg zocken team deathmatch bombe am kanal so ich hoffe dass diese runde erfreulicher wird als die letzte weil wir wissen alle was passiert ist mit ihm ist das loadout 100 prozent sehr gut unglaublich aber egal was der nächste neue runde neues glück pro super max hat 388 verbindungen ihr müsst eure drohne verwenden um eine bombe auf ja ja mach hin die rainbow six cg pro league finals laufen also gibt bisschen gas auch wenn ich sowieso davon ausgehe dass panther sports das gewinnt aber ich habe gar keine ich habe keine euer im team auf dieser map so unfassbar hier geht es weiter achtung eure drohne hat eine bombe und 10 sekunden bis zum einsatz 5 sekunden bis einsatz entschärfer wurde zurückgeholt bombe gefunden gelangt zu ihrer position und entschärft sie du hast den entschärfer fallen gelassen wer hat den oh god entschärfer wurde erneut gesichert entschärfer wurde erneut gesichert bis zum einsatz bis zum einsatz bis zum einsatz bis zum einsatz Okay. Wow, shit. Oh, shit. Gott daaammit! Ähm, was denn gehen wir denn? Die Bomben sichern. Alright. Das ist nicht perfekt. Ähm, machen wir ungefähr so. Die Gegner haben eine Bombe ergriffen. Lange uns bereit machen. Es bleiben noch 10 Sekunden. Band ist verstärkt. Nur noch 5 Sekunden. Achso, 5 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Wenn Sie nichtpared haben, Liongen. Das ist nicht so. Die Besatz in den USA-NurMay. Dabei bilden wir uns auf den Chip. Die Besatz in der Mitte. Wir sind zuerst. Wir haben noch immer auf den Platz wieder. Wir bakalım und erinnern. Wir werden noch einmal nachdenken. Das wird ziemlich brennen. Ein Gegner verbleibt. Gegner eliminiert. Messione vorgleichen. Ich brauche auch ein bisschen mehr Schutz, ich fühle mich gerade mega unkomfortabel, obwohl Bug geht auch. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuführen. Ach ja, es ist wieder Weekend, Free Weekend, man merkt das gerade so ein bisschen, Teamkills nehmen gerade so ein bisschen zu, und zwar extrem. Let's take a bug, I give a fuck, you son of a bitch. 10 Sekunden bis Einsatz. Noch 5 Sekunden. Entschärfer wurde erneut gesichert, Bombe gefunden, gelangt zu ihrer Potenzial und entschärft sie. Jungs geht weg da, Boah, Leute, nee, ich hab hier viel verständnis mittlerweile, ne? Ja, das kann ich wirklich nicht wahr sein. Entschärfer wurde erneut gesichert. Zieh da oben! Sprengladung ist vorbereitet. Gegner eliminiert. Eigenartruck erfolgreich. Um, gimme noch mal plus. Ich hab gar kein Kill bis jetzt, ne? Kein Kill, kein Assist. Ist grad bisschen bad. Oh Gott. Okay, das ist gut, das ist gut. Zehn Sekunden noch. Wand gesichert. Fünf Sekunden. Haltet Ausschau nach Gegnern, die eure Bomben entschaffen wollen. Zeit für eine Wohnungsrenovierung. W-28 geladen und bereit. Haben wir Tachanka? Ja. Okay. Die Gegner hat meine Bombe lokalisiert. Schützt sie. Lade nach! Sensor eingesetzt. Lade nach! Lade nach! Das war's. Letzter verbleibender Gegner. Sensor aktiviert. Wo bist du? Nice. Elf, eins, drei. So liebe Leute, ich bin mal fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part von Euer 6Teach. Bis dahin, haut rein und tschüss.